Guten Morgen alle Wissende! Und alle, die es noch werden wollen. Hallo, sexy people! Willkommen zu einer weiteren Folge von... Like YouTuber! Dann lasst uns doch gleich mal anfangen! Die Amazing JP Vio fragt... Ihr YouTuber seid doch alle Geldgeist! Zunächst einmal, die Amazing JP Vio ist das keine Frage. Ich kann kotzen! Wieso begreifen das die Leute einfach nicht? Ja... Wir YouTuber sind Geldgeist. Und Amokal versteht sich. Wir machen das nicht aus Spaß oder so. Kennt ihr das? Ihr macht YouTube-Videos und plötzlich werdet ihr als Klickgeist bezeichnet? Nun... Uns Geeks letztes... Ey, Alter! Es hat doch gerade eben eine Highlightung! Aber eigentlich bin ich dieses Thema sowieso scheiße! Und scheiße ist gerade das richtige Shitwort, Mann! Aber das sind ja die nächsten Folgen von... Like YouTuber! Jedenfalls kann man sagen, dass alle YouTuber geil 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 sind. Ich meine geil geil! Und Abogeil! Und Klickgeil! Hey, Alter! Du bist nicht schlau! Ist doch alles das gleiche, Mann! Nun, und dieser Aussage sind wir nachgegangen! Wir sind doch kleine YouTuber, oder? Ja! Wir haben nur 35 Abonnenten! Ja, und? Ja, wir möchten mehr haben, oder? Ja, und? Wir sind Abogeil! Wow! Nein! Pimp! Moment! Was wird das? Ich wollte auch noch was sagen! Nun ja, fassen wir mal zusammen. Ist man Abogeil, folgt daraus, dass man mehr Klicks will. Somit ist man nicht nur Abogeil, sondern auch Klickgeil. Das heißt wiederum, dass man so viel Geld wie möglich verdienen will. Man ist also nicht nur Abogeil und auch nicht nur Klickgeil. Zu guter Letzt sind wir auch noch Geldgeil, geil, geil, geil. Jedenfalls haben wir keinen Bock, es immer und immer und immer und immer und immer und immer zu wiederholen. Wir sind nicht Pimp! Ja! Ist euch eigentlich aufgefallen, dass dieser ganze Geldgeil-High aufgehört hat, nachdem YouTube undisponiert hat und somit alle volljährigen YouTube-Partner sein können und damit Geld verdienen können? Wollt nur so erwähnen. Ja, ihr seid also genauso Geldgeil, geil, 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 geil. Hey! Und das war's mit der heutigen Folge von Black YouTuber. Wenn ihr mehr Black YouTuber sehen wollt, dann schreibt einfach Black YouTuber in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben und teilt dieses Video der ganzen Welt. Nein, so helft ihr nicht nur mir und meiner Show, sondern ich lerne auch, was euch wirklich gefällt. Äh, ist klar. Wenn euch das Konzept gefallen hat, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ihr YouTuber seid doch alle Geldgeil. Vielen Dank.